Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Need for Speed Most Wanted Wir waren hier stehen geblieben und machen jetzt erstmal diese Nachholarbeiten Case sind wir, äh, haben wir schon, ne haben wir noch nicht gemacht Aber wir müssen jetzt erstmal die Meilensteine von Baron noch machen, die restlichen Es fehlt nur noch eins und zwar das mit 225 kmh geblitzt werden Ja, das machen wir aber gleich Ich denke mal das wird kein Problem mit diesem Auto von Baron, das wir genommen haben Aber das ist schon längere Parts her Ja, ich denke mal das wird erstmal gemacht Okay, da ist schon mal, da sind schon mal die, äh, die Radarfallen wie wir sehen Okay, das ist nicht mal so leicht Das sind schwierige Kurven dabei Ich denke mal das wird aber trotzdem kein Ding werden Ich muss mich jetzt hier leider nur reingewöhnen So, das denke ich mal das ist in dieser Runde hier drinnen Badam, badam Badam, badam Badam, badam Badam, badam, badam Badam, badam, badam Badam, 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 badam, badam Badam, badam, badam Badam, 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 badam Schauen wir mal nach, ob er das auch gespeichert hat. Hä? Wieso hat er das nicht gespeichert? Beschuss. Ich verstehe es nicht, wieso hat er das jetzt nicht gespeichert, Alter? Was ist das für ein Scheiß? Muss ich ein Bestimmtes schaffen, oder? Ich muss, glaube ich, ein Bestimmtes machen. Ja, hier ist ein Bestimmtes, hier, du Nigga. So, hier, mit 226 irgendwas. Geschafft. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt haben wir es geschafft, oder? Hoffe ich jetzt mal, sonst ist es beschiss. Alle Maßen, meine ich. Und? Ja, ist drinnen, okay. Rennsieger haben wir alles mit denen. Ja, haben wir von denen. Dann geht es weiter mit Blacklist Nummer 9. Äh, Earl, da muss man alle auch drin machen. Viel Spaß. Fangen wir jetzt an mit Rundkurs. Ich denke mal, das wird jetzt mal ein längerer Part. Ja. Die ganzen Rennen, das wir machen, von Earl. Earl ist ein Boss-Dot. Und ich fickle deine Mama in den Anus rein. So, du arme Schwein. Lass mal deine Rennsiege hier besiegen. Like a muschi. Rundkurs sind sowieso die scheißesten, die es eigentlich gibt. Rundkurs ist sowieso langweilig. Und K.U. ist eigentlich das langweiligste. Das ist das, das dauert am längsten. Und wieso stoppt es auf einmal? Also, wir sind erstmals weiter. Da ist der Erste. Das ist doch der erste, oder? Ja, das müsste der Erste sein. Das macht nämlich Sinn. Ja, was soll der Geiz? Wieso hältst du es überhaupt an? Ich verstehe es nicht. Du Mistgeburt. Boah, ich hasse diese Leute. Das ist schwierig. Selbst das Auto ist verkackt. Selbst das Auto verkackt irgendwie. Wieso? So, das Auto verkackt hier. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Menschens Güte. Das war die Gülle hier. Mach mal die Gülle. So. Boah, Junge. Brems doch nicht, du Fickfehler lernt. Das war ohne Stützleder. Wer abbrengst, dann hast du dich. Ich hasse, dass er abbrengst. Ganz ehrlich, das ist behindert, Mann. Wörst du bremsen, du Fickfehler. Von Auto. Hier. So, wir müssen sau schnell sein noch. Diesen sau in Führung. Weil das scheiß Auto bremst. Hör auf damit. Wieso hört es sich auf zu bremsen, das ist doch behindertes Auto. Hör auf doch zu bremsen, du Pissfehler. So. Das Auto müsste doch gar nicht bremsen, ey. Versteht es nicht. Ja, was mit dem los? Denken die, das ist jetzt vorbei, das Stil. Diese Rennen, oder wie? Egal. Wir müssen das Erste werden, komm. Da ist er doch der Erste. Und wir sind der Erste, jawohl. So, die Abkürzung entnehmen. Und, ja, dann haben wir erstmal hier ein bisschen abgekürzt. Hinter uns ist immer noch jemand. Wir dürfen nicht abbremsen, bitte nicht abbremsen. Hör auf Auto, bitte auf Parons Auto. Wir lieben dich, dich und, ja, du bist ein schönes Auto, ganz ehrlich. Sehr gutes Auto auf jeden Fall. Aber es sollte schon auf mich hören. Weil sonst wird es richtig leiden. Nicht wegen mir, sondern wegen dem Salat hier. Und wieso mache ich das? Wieso mache ich diesen Scheiß hier? So. War mir auch klar, dass ich jetzt erstmal... Schlechtspiele. Boah, was soll der Geiz? So, jetzt erstmal schnell überholen und dann reden wir über Drogen. Die sind immer noch vor mir. Ich will die jetzt überholen. Sonst wird es echt schwierig hier. Sonst wird es echt schwierig hier, überhaupt jemanden zu gewinnen. Das ist echt nicht einfach, Leute. Oh, Mann! Kann ich nochmal neu machen, ne. So eine Scheißstrecke, so eine verfickte Scheißstrecke. Und dieses Scheißhätze, das reiß ich auch gleich auseinander. Das reiß ich auch gleich mit auseinander. Dieses Scheißhätze, das geht immer auseinander. Das ist so behindert, das Mikro da drinnen. Es geht immer weiter runter und es kriegt mich am meisten auf. Es geht auf den Sack. So. Ich hoffe, ich mache meine Aggressionen erstmal runter. Boah, das ist so scheiße. Die Strecke ist ja genauso scheiße wie die Scheißhaufen von Scheißhausen. So, endlich, meine Güte. Ja, deine Oma. So, mit Barons Auto kriege ich eigentlich, sollte ich es eigentlich hinbekommen, wenn es nicht so scheiße fährt. Und dass Mikro nicht so behindert ist. Und dass er weiter nach unten geht und wieder weiter nach oben. Das ist doch blöd. Das ist blöd gemacht. Ganz ehrlich. Behindert! Kick dich! Oh! Auf jeden Fall ein Scheißpart, ein Scheißdreckspart. Wir haben nur Scheiße geschafft. Wir haben nichts geschafft, außer scheißen. Wir wissen, es ist scheiße gelaufen hier. Verpiss dich jetzt! So, meine Güte. Ist das ein Scheiß? Das hätte dir sowieso der größte Bockhaufen. Größte Kackhaufen, meine ich. Ja, das kann man überhaupt nicht feuern. So, da ist der Erste. Und wir haben ihn überholt. Und dann reden wir über Drogen. Super, ey. Geil. Wenigstens ein kleiner Fortschritt hier. Und ja, jetzt kommt der Ziel. Also die Erste Runde Ziel. Und das ist endlich mal, endlich mal eine Sache, ne? Und dieses Scheißhätter, das geht schon wieder runter. Ich hasse es immer wieder aufzurichten zu müssen. Das ist behindert. Das ist doch der größte Haufen. Okay, wir sind sauerweise in Führung. Das sollten wir beibehalten. Indem wir weiter so schnell fahren. Mit Nitro! Yeah! Nitro ist die beste der Welt. Nitro ist das King. Das King der Welt. Ja, auf jeden Fall gleich abbiegen. Gleich abbiegen. Ja, hier ist sowohl. Ist doch toll. Oh, ne. Ne, du Nigger. Da ist schon jemand. Da ist schon hinter uns jemand. Hinter uns ist schon jemand. Ich denke mal, das ist ein Kopfgeldjäger. Ne, das ist nicht. Das ist ein Lappen. Und wir rammeln gegen die Scheiße. Und bauen nur Scheiße. Scheiße, Scheiße. Oh mein Gott, bist du ein Stück Scheiße. Hä? Wieso läuft das denn? Wieso geht das denn so langsam? Ja, das Auto ist so langsam, ne? Das ist so ein fickvieler Auto. Bremst doch nicht ab. Meine Güte. Regt es mich auf das Auto. Regt es mich auf. Ehrlich. So. Wir sehen hier schon die ersten zwei. Ich will jetzt nicht nochmal, nochmal dieses Scheiß-Rundkuss machen. Das ist doch behindert und unnötig. Ich weiß, dass ich es nicht mehr schaffen könnte, oder? Ich könnte es doch schaffen eigentlich. Jetzt komm. Hau hin, du Missgeburt. Ne. Fick dich. Ne. Fick deine Oma, du Hurensohn. Du Dreckspiel. Fick deine Oma. So ein Scheiß-Spiel. So ein Dreckspiel. Ganz ehrlich. So ein Dreckspiel. Jetzt hol auf zu bremsen, du Hurensohn. Halt die Fresse, du Fickfehler. Boah, ist das ein Scheiß-Auto. Hauf damit, du Scheiß-Auto. Ich schonks fick dich deine Oma in den Arsch, du hässliches Scheiß-Auto. Boah, regt es mich auf, das Scheiß-Auto hier. Meine Güte. Bremst nicht. Bremst nicht. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Ne, ich zwinge dich dazu, dass du es nicht machst. Sonst raste ich ja noch aus. Und klatsche ich gegen die Wand. Du Scheiß-Auto. Auf jeden Fall ist es ein geiles... Strecke. Ne, ist sie nicht, die ist scheiße. Oh Gott, da ist schon jemand. Da ist schon jemand. Und du bist ein Hurensohn. Ich kriege ja nie diese Scheiß-Abkürzungen und dann gehe ich so... Wie bewirrt dich so geistig beschränkt, wie ich bin. Trotzdem die Abkürzungen nach, obwohl ich sie nicht mal bepacke. Ich bin so geistig gestört, Alter, dieses Scheiß-Ding. Ich bin so geistig mitbebemützelt. Dass ich nicht mal das Wort sprechen kann. So schlecht bin ich. So behindert bin ich. So. So, erst mal die ganzen Ausraste weg. Nicht mehr hören, nicht mehr hören. Nicht mehr hören. Nicht mehr hören, Kinder. Nicht mehr hören, Kinder. Nicht hören, Kinder. Ich bin einfach nur schlecht an dem Spiel. Ne, bin ich nicht. Sondern du bist schlecht im Scheißen, du Hohensohn. Nee, ist er nicht. Boah! Du Hohensohn! Ja, was ist das jetzt? Oh, du Fickfehler. Ist das eine Scheißstrecke? Ist das eine Fickstrecke? Du Scheißauto. Das ist ja noch zwei Dingern hier kaputt, du Hohensohn, Alter. Ja, die sind tausend Meter entfernt. Haha. So ein Scheißauto, so ein Fickfehlerauto. Das regt mich jetzt richtig auf. Überholen werde ich sie sowieso nicht. Also was mache ich mir, die Mühe? Wieso mache ich mir überhaupt die Mühe, überhaupt die Mühe zu überholen? Ich bin doch sowieso scheiße und scheiße. Und dreigst ein Ding. Scheiße bin ich auch noch. Richtig scheiße bin ich auch noch. Aber wenn ich das überhole, ich gleich einen. Zum Glück, ey. Ganz ehrlich, hier. Jetzt will ich die Abkürzung nehmen. Fick dich! So, nimm. Wir sehen ihn, wir sehen ihn, wir kriegen ihn. Wenn er es nicht bremsen würde! Ich das Auto liebe einfach. Es ist so schön. Die Aids! Boah, ist das eine Scheiße. Boah, ich hasse diese Strecke einfach. Überall ist diese Strecke, Gott, verboten, verklagt und angeschissen. So, meine Güte. Das ist mal ordentlich. Hören wir diese Scheißstrecke? Da sehe ich schon diese fetten Niggas. Diese Hurenböcke hier mit diesen dritten Fickfilern. Meine Fresse, bin ich zum Ausrasten bestimmt oder wie? Da ist ja schon der nächste Hurenzone, den ich überholen werde. Und dann reden wir über Drogen. Boah, ist das blöd. Hier gibt eine Abkürzung, obwohl die schon länger dauert als sonst. Und da ist jemand echt Google Chrome. So, komm, lass uns einfach das gewinnen. Jetzt sind wir so schnell dran. Hopp. Ich denke mal, die haben schon gewonnen, Alter. Ja, haben die. Diese Fickfehler. Oh, ich hasse diese Strecke. Auf diese Strecke gibt es erstmal ein Malzbier. Drecksspiel. Dreck, ich will ja wohl sein. Hör auf, zu bremsen, du Fickfehlerauto. Ja, schon wieder bremsen, du Hurensohn. Als ob ich nichts zu tun hätte. So, schön. Geil. Haben diese Abkürzungen genommen. Und ist hoffentlich mal schneller als diese anderen. Ja, ich sehe sie auch. Wir sind erst da, aber nicht sehr weit entfernt. Kurzer Abstand nur. Und hinter uns ist schon jemand. Und hat uns drüber überholt, diese Fickfehlerauto. So, endlich. Sehr gut gedriftet. Sehr gut gefahren. Sehr gut gelenkt. Kann man nichts mehr dazu sagen. So, hopp. Bitte lass mich doch nur gescheit fahren. Hier, endlich. Endlich. Die Macht ist unendlich. Lallala, deine Oma ist fett. Und will meine, sag. Nee, ich will deine Oma nicht bengen. Denn ich bin ein alter, sag. So. Wir nehmen ja alle Abkürzungen in hier. Okay, den meisten her. Aber nur die, die nützen. Die, die nicht nützen, die nehmen auch gar nicht. Die bringt sie auch gar nicht zu nehmen. Weil die sonst geistig minderbemesselt sind. Und da ist schon wieder der Lowrider. Der Lowrider, der kann meinen Cocker reiten. So, du Missgeburt. Was soll das? Wieso überholst du mich? Dann reden wir über Drogen. Ja, vom Ziel, du Missgeburt. Egal, ist die erste Runde. Ich denke mal, dass wir das mal jetzt nicht zu jucken. Und da ist so blöd und fett gegen irgendwas. Boah, sind die Blut. Egal. Lasst uns für uns behalten, den Abstand. Egal, wie schnell wir sind. Egal, wie gut wir sind. Ich denke mal, wir müssen jetzt erste werden. Okay, das wird eigentlich, das ist richtig hart schon mal. Weil das ist, das wird immer härter. Hat er, habe ich schon überall so nachgelesen. Das könnte ich aber auch, denke ich mir auch, und natürlich auch so schon, dass es immer härter wird. Aber wie wir uns gegen Case anstellen werden, das wird erstmal schwierig. Weiß jetzt nicht, wie die heißt. Katze oder Case? Weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, ist eher gesagt zu besser. Case hört sich auch besser an. Oder Casey. Aber Casey ist ja ein junger Name. Soweit ich weiß. Und Case ist vielleicht ein Mädchen-Name. Könnt so sein. Es gibt ja auch Mädchen-Namen wie Robin und so. Robin ist ja eigentlich auch ein normaler Weise ein Jungs-Name. Es benutzt mal übrigens ein Junge. Aber das kann man auch als Mädchen-Namen benutzen. Also es sind so transen Namen. Nee, sind es nicht, aber das sind so Namen, die man auch den Mädchen gibt. Ne? So, auf jeden Fall. Wird das jetzt richtig gemacht hier? Mit Abstand und mit diesen Gangster-Mangster hier. Und den ganzen Scheiß. Lass mich nur sagen. Ich will eine Tüte vollem Wassereis. Oder habe einen Abstand wie ein Wassernice. Und wir können dann... Nee, hör auf damit. Ich kann nicht double-weilen. Lass mich nur in Ruhe, du blöde Kuh. Wieso ran mich gegen die Wand? Ja, ich weiß. Du hast nichts außer in Gottes Hand. Okay, bitte nicht überholen, du Fickfehler. Bitte nicht. Nee, nee, nee. Fick dich. Nein, bitte nicht. Bitte hau ab. Komm. Jawohl. Geschafft. Knappe Sache auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft. Geschafft, 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 geschafft. Egal, Lade. So, Blacklist Nummer 9. Und ich sag nein. Und ziehe meine Butterfly. So, Dreck ist das nix. Aber wir wollen erstmal... Rundkurse und Chaos machen. Dann haben wir die chilligsten Sachen noch drin. Radarfall ist sowieso das chilligste mit Dreck. Okay, Dreck ist auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber... Rundkurse und so weiter. Das sind bei der immer noch die schlimmsten. Weil die einfach nur saulang dauern. Und das ist drei Runden lang. Oh, fuck, Marmelade. Jetzt bitte verkack einfach nicht. Weil es ist richtig langweilig zuzusehen und zu... Zu machen. Okay, langweilig ist es jetzt nicht, aber... Es ist ein bisschen schon nervig. Raummautstelle macht der Bock. Wenn es gescheit fährt, ist Auto. Es fährt aber gescheit. Es kann nicht schlecht fahren. Guck, seht ihr? Das... Das... Das bremst nur manchmal ab. Das ist ein Hurensohn manchmal. Aber das mache ich ja nicht. Das mache ich nicht. Ich bremse ja nicht ab. Das macht das von alleine, das scheiße Auto. So, jetzt erst mal... Ganz normal die Strecke fahren. Jetzt geht es ja jetzt nicht geradeaus. Und ich denke mal, hier können wir ein bisschen Nitro benutzen und... Ein bisschen Abstand hier sichern. Ja, jetzt geht es erstmal hier ein bisschen kurvig hier zur Sache. Aber wieder geradeaus. Das ist ein bisschen Nitro, Nitro. Ich fahre mit 250 fast. Ja, und jetzt bremst das schöne Auto. Ich liebe dich, Auto. Ich liebe dich. Habe ich dir schon mal gesagt, du scheiße Auto? Auf jeden Fall bekommen wir schnell Nitro rein. Und wir müssen jetzt erstmal das auffüllen, weil das leer ist. Das Nitro-Vorat. Der Nitro-Vorat ist leer. Und ich picke deine Mutter und bringe sie hier zu meinem Konzert. So. Okay, jetzt geht es erstmal nach rechts und da ist schon das Ziel. Also die erste Runde wäre erstmal sicher, wären wir erstmal Erster. Mal sehen, was sich jetzt daraus macht. Und dass wir noch einen größeren Abstand vielleicht noch herbekommen. Ich spare erstmal mit Nitro, damit ich einen größeren Abstand irgendwann machen kann in einer geraden Strecke. Und so einer zum Beispiel, da kann man erstmal erstmal ein bisschen rausholen. So, dann erstmal erstmal ein bisschen Kurven fahren. Und da sind die ja schon. What the fuck? Wie schnell sind die? Oder wie langsam bin ich? Aber das liegt echt an diesem Auto, das immer bremst. Nicht an mir, nicht an mir. Ich kann ja gut fahren. Also es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Meine Freunde. Da bin ich bescheuert. Da ist schon mal der Erste. Da ist der Zweite. Die holen Sie wieder. Das ist der Letzte. Der ist hinter mir. Das ist eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt. Ich denke, die könnte ich jetzt gleich wieder überholen. So, da ist der Nächste schon mal da. Da haben wir den überholt. So, der Erste ist auch ein bisschen nicht so weit entfernt eigentlich. Könnte man, denke ich, mal schon überholen. Da ist schon hier. Der geht erstmal hier rechts lang. Und wir gehen erstmal längst ran und rasten aus. Und schlagen deine Frau. Boah, bremst doch nicht, du scheiß Auto. Boah, bitte auf. Ich will doch nur gewinnen. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Rundkurs. Aber wir haben ja noch eine Runde. Das heißt, wenn wir jetzt den nicht überholen vom Ziel, heißt das, dass wir noch eine Runde haben, um ihn zu überholen. Aber das heißt auch, dass er noch eine Runde hat, uns zu überholen, wenn wir Erste sind, ne? Das ist ja auch noch eine Sache. Das ist halt die Sache. Und wir hätten es jetzt geschafft, wenn es nur zwei Runden wären, aber... Das sind leider drei. Leider drei, meine Freunde. Und das wird jetzt mal eine schwierige Sache. Fick dir eine, fick die Presse. Okay, du Bastard. Du bist jetzt vogelfrei. Und du bist in den Arsch gefickt wie wohlbereit. Lass mich nur in Ruhe, du blöde Kuh. Ich wecke dich in den Anus rein. Lass mich nur in Ruhe. Gebe dir eine Schelle. Und du Bastard willst nur lächeln. So. Hier ist mal so entlang, aber ein bisschen abgekürzt. Das ist eine Sekunde gespart, würde ich mal so sagen. Nicht mal eine Sekunde. Ich denke mal so 15 Millisekunden oder sowas. Aber immerhin immer noch eine Abkürzung. Und haben auch prima hingekriegt. Ich denke mal, zwei Minuten haben wir Vorsprung. Und sollten auch ein bisschen Abstand bauen. Mit Nitro. Wir haben genug Nitro. Wir können ein bisschen benutzen. Und ein bisschen durchrasen hier. Durch diese geilen Strecken fahren. Ich weiß nicht mal, wo die Strecke. drinne stattfinden. Was ist das für ein Ort? Miami, oder? Oder sowas. Oh, ne. Du scherz-Auto-Britte-Ram mich nicht, du Arschgesicht. So, die letzte Runde steht an. Wir müssen jetzt noch ein bisschen hinbekommen, dass wir jetzt Erster werden. Und da ist schon das Ziel. Komm, wir kriegen es hin. Ich denke mal schon, dass wir es hinbekommen. Komm. Komm. Jawohl. Erster. Like a boss. Hör auf. Hör auf, die Polizei zu rufen, du Fickfieler. Lernte dich das fahren. Oh, eine Stützrede. Blacklist 15? Ne. Blacklist nochmal. Äh. Welches können wir jetzt machen? Mautstelle wäre scheiße. Dreck wäre auch Dreck. Ne, Dreck wäre... Mautstelle ist mir erstmal zu chillig. K.O. K.O ist sowieso chillig. K.O. wird sowieso nicht so... Ne, K.O. K.O. ist nicht chillig. Mautstelle ist chillig. Und das ist wirklich chillig. Chilliger wie Chili. So. Jetzt mal hier ein bisschen mit Nitro umgehen. Nitrofolie. So. Wir dürfen auf keinen Fall Vierter werden. Egal welche Runde. Aber das ist auch chilliger, dass man auch nicht mehr Vierter werden kann. Das heißt, man muss aber auch immer Erster werden, um das zu gewinnen, ne. Das ist, das ist schlecht. Außer in der ersten Runde, da muss ich eigentlich nur Dritter werden. Bei der zweiten Kante zählt auch, dass ich nur, ähm... Ding werde. Und ja, da gehen wir erstmal hier so eine Abkürzung nehmen, wie. So. Aber es war abgekürzt, können wir hier noch abkürzen. Das ist ja mal eine geile Russache hier. Auf jeden Fall sehr viel abgekürzt mit dieser Strecke hier. Das ist geil. Die gehe ich jetzt öfter so lang. Wir waren erstmal sau unbenachteiligt mit diesen Dingern. Wir haben schon jetzt sau den Vorsprung. Aber die Strecke können wir irgendwo her, aber... Bis dann wurde die schon verändert, also... Es wäre nicht so, dass sie jetzt die gleiche ist. Die wurde einfach ein bisschen verändert, würde ich mal so sagen. Also die Abkürzung haben wir ja schon mal gesehen. Welchen Part war das? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall ein Nachholpart. Weil wir ein K.O. gemacht haben und es war genau dies... Okay, nicht genau dieselbe, sondern... Bisschen selbe Strecke. Da gab es auch so eine Abkürzung. Deswegen. Und das Auto sieht nicht mal so scheiße aus, dass das vor mir ist. Das sieht irgendwie nice aus, ne? Aber meins ist immer noch geiler. Und das erste Wagen ist immer noch scheiße. Wo verpiss ich, du Fickfehler? So, wir wollen auf jeden Fall das Auto vielleicht vom Case bekommen. Das wäre schon geil. So, auf jeden Fall sind wir nicht letzter. Und Twig ist rundheraus geflogen. Twig, der Lutschman Dick. Okay, wir können jetzt endlich diese Abkürzung benutzen. Wir sind weiter in Führung. Das ist geil. Wo kam eigentlich die Abkürzung? Hier, genau. So. Bisschen nach links rechnen. Okay, das wird erstmal nicht so schwer. So, dann erstmal hier entlang. Bisschen die Ton benutzen und abkürzen. Und du bist in den Arsch gefickt wie wohlbereit. Wir wissen es. Du Lappe, nein. Na, 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 na. Ba, da, ba, dam, ba, dam, ba, dam, ba, dam. Wir haben sehr viel Abstand. Na, 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 na. Nur 400 Meter. Und dann wo sind die Gegner schreien. Ja, 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 ja. So, auf jeden Fall. Bisschen Abstand halten. Immer noch Abstand halten. Und immer noch einen Abstand aufbauen zu denen. Das wäre die beste Lösung, die man machen kann. Und ja, das ist gut. Das ist gut. Gut, gut, gut. 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 So. Wir sind jetzt immer hinter uns. Wir sehen sie. Noch nicht richtig ganz, aber die sind hinter uns. In der Karte sehen wir sie. Unruhenden Abstand mit dem Nitro. Und der bremst natürlich. Das ist, das ist schlecht. Nitro hilft aber uns. In der nächsten Runde ist es mal sicher, dass wir nicht, nicht Letzte werden, hoffentlich. Wissen Sie nicht, es könnte immer noch was passieren, aber... Ne. Wir sind nicht Letzter. Okay. Big Show, äh, Smoke Show ist rausgeflogen. Den verwechsel ich jetzt ein bisschen mit Big Show, weil, show, show, show. So. Die Abkürzung nehmen und wir sind es schon mal sicher. Eigentlich haben wir gewonnen eigentlich. Wenn wir nur noch dann gut fahren. Das ist es aber. Man muss ja gut fahren. Ja, 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 ja. Ich denke mal, das wird jetzt mal ja kein Ding hier. Okay, jetzt sind wir gut gefahren. Perfekte Abkürzung genommen. Und dann gehen wir runter und haben sehr viele übersprungen. Haben 800 Meter Abstand zu denen. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall geil und Marty. Ja, das ist geil. Wie viele Kielsen-Meter sind es jetzt? 500. Fuck, wie schlange sind wir auf einmal. Du musst ja so schnell gewesen sein. Man muss ja nicht, wir sind immer noch schnell. Und wohin fahre ich überhaupt? Ich verlorst. Wo bin ich? Ja, wo bin ich? Ja, wo bin ich überhaupt gefahren? Ganz ehrlich. Ich habe null Ahnung, wo ich gefahren bin. Wir sind irgendwie in eine Abkürzung gegangen. Aber ich weiß nicht mal, ob das eine Abkürzung ist. Auf jeden Fall nimmt er hier immer den Speed auf und versucht uns zu überholen. Und dann reden wir über Drogen. Okay. Wir sind gleich, glaube ich, kurz mal vorm Ziel. Weil diese... Ja, ja, perfekt. Wir haben gleich gewonnen. La, 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 la. Lass mich nur in Ruhe, du fette Kuh. So, weiter geht's hier mit dem Salat auf dem Kopf. So, speichern erstmal. Dann hätten wir erstmal diese langweiligen Dinge erstmal gemacht. Und machen Blacklist nochmal weiter mit Earl. So, dann kommt das mal Dreck. Machen wir Dreck. Dreck war eigentlich nicht so schwer, finde ich. Dreck ist eigentlich das chilligste. Wenn man es geschafft. So. Man muss sich nur mit dieser Strecke hier befinden. Und dann kriegt man das schon hin, denke ich mal. So. Hä? Wieso, denkt der nach rechts? Das ist doch so ein behindertes Auto, ganz ehrlich. So, das kriegt man hin. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist doch perfekt schalten auf jeden Fall. Verpisst euch nur, die Autos. So. So. Und nicht weiter. das ist beschissen das war ein scheiß das hat doch niemals beruht das auto hat niemals das auto beruht so perfekter start auf jeden fall lass mich nur in ruhe die blöde kuh so ein scheiß ganz ehrlich das ist beschiss einfach das ist scheiße das macht aber nie was ich will du mittel milf fick dich in den anus rein und du wirst in den arsch gefickt wie wolverreit so okay nee nee das war sehr schwierig das war sehr hätten wir geschafft noch mal komm perfekter start auf jeden fall das ist gut das ist nicht schwer diese strecke ist nicht schwer war auch nicht schwierig ich bitte dich verpiss dich jetzt bist du in den arsch gefickt wie wolverreit so lass mich nur in ruhe du blöde kuh egal wie ich werde ich bin der sieger so lass mich nur in ruhe gebe dir eine schelle wir haben direkt geschafft direkt geschafft gebe dir eine rechenschaft soll jetzt noch mit zwei mautstellen und radar fallen wir machen was bei der rauf an und an die mautstellen ich denke mal das wäre am besten so gelöst ich hoffe es gibt mehr dreck weil die dreck sind echt besser der weg ist eigentlich sehr chillig sehr 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 chillig ja war da fallen du danach gibt es mein katz nach dieser radarfalle weil ich will jetzt noch was trinken und dann es geht sofort weiter also ihr merkt eigentlich gar nichts ich sage halt nur dass wir einen cut machen also das nicht der part beendet ist sondern einfach dass sie einen cut machen dass sie was trinken kann weil mein mund ist gleich richtig trocken und das ist natürlich scheiße wenn man trocken ist und hier war es einfach nur wichtig so schnell wie möglich da durch zu rasen so richtig durch zu rasen und durch zu starten mit 226 der kammer ja das ist gut das ist nicht schlecht nächste ist hier und wir kommen mit 200 kammer das ist schlecht das ist wirklich schlecht dafür schäme ich mich wer hat Robin eigentlich 417 okay wenn ich latte bewerse das meister ist wir müssen einfach nur danach überholen dann reden wir über Drogen das wird zu gehen und ja jawohl aber 203 kammer für deine Mom und du machst noch kamst als ich dich sah gebe ich dir eine Schelle und du willst mir eine blaue gebe dir einen Haken okay hör auf mir zu singen du kannst es nämlich nicht ja ich weiß und du Hund und wieso überholst du mich bitte hör auf es ist nicht so blähen du bist geburt 227 kammer wir rasen durch durch die ganze Stadt und geben dir einen Apakat ja das ist schlecht das ist jetzt sehr schlecht so wenigstens wird 159 noch hin gekommen und dann immer noch tausend über tausend dann reden wir